Ja, ich muss ehrlich sagen, es war viel Gewalt in Wien, es war viel Gewalt, weil das was heute ist, das ist wieder mit den Ausländern, mit den Messerstechereien, aber früh haben die Wiener das selber gemacht. Die Wiener haben selber was weiß ich, da hat es gegeben einige Messerstecher, die waren Stadt bekannt. Einer hatte eine Muscheln oder was, der hat nicht lange Muscheln gehabt, irgendwann ist er gelegen. Das war mir im wilden Westen. Das war so damals, muss ich sagen. Ich bin früh in Deutschland gewesen, da haben einmal die Deutschen gesagt zu mir, sag mal Doni, was ist denn los bei euch in Wien? Jedes Wochenende hört man ein Toter-Torterswasser, da muss ja viel Geld gehen. Sag ich, alles geht um viel Geld. Ich kann dir nicht sagen, dass er gesagt hat, du Arschloch, und den hat dann der reingestufen. Wegen seinem Blödsinn, wenn man ehrlich ist. Aber bitte, das war damals so, das muss man schon lassen.